Der Kurs ist für dich das Richtige, wenn du erkannt, dass dein Glück und deine Gesundheit allein von dir abhängig ist und wenn du diese Verantwortung übernehmen möchtest und wirklich dein Leben verändern möchtest. Also der Kurs ist definitiv nicht für Leute, die einfach nur kurz mal den Körper entgiften möchten oder ein bisschen Meditation in den Alltag einbauen. Also kann man auch mit dem Kurs machen, aber der Kurs ist eigentlich darauf ausgelegt, dass ihr dauerhaft euer Leben wirklich verändert. Und der ist so ausgelegt, dass ihr wirklich danach, vor allem auch nach diesem Kurs, das weiterlebt. Also es ist so, der Kurs hat 30 Lektionen. Ich denke, das kann sich auch jeder leisten. Das kostet 30 Dollar. Das heißt, jedes Video kostet nicht mal einen Euro. Dann habt ihr noch drei Einleitungsvideos. Und jeden Tag gibt es eben eine Lektion. Ein paar Arbeitsunterlagen gibt es dazu. Und ihr kriegt gleichzeitig noch Zugang zur Facebook-Gruppe für den Kurs, damit ihr euch da nochmal zusätzlich austauschen und motivieren könnt. Und gleichzeitig bekommt ihr auch ein Rohkost-Buddy zugeteilt für die Zeit. Und dann könnt ihr euch wirklich wöchentlich austauschen und schauen, euch da gegenseitig zu motivieren. Und das kriegt dadurch auch eine ganz andere Dynamik. Und die Lektionen, die täglichen, die sind eben eingeteilt in drei Hauptthemen. Einmal in Meditation und Selbst, in die Ernährung als zweites Thema und als drittes Motivation und Inspiration. Und es gibt dann an jedem Tag eben eine Lektion zu dem jeweiligen Thema. Und in dem Ernährungsbereich ist zum Beispiel so, dass ich euch am Anfang erstmal ein Frühstücksfasten zum Beispiel an die Hand gebe am ersten Tag. Beziehungsweise einfach ein leichteres Frühstück. Und gerade in der ersten Woche in den Lektionen gebe ich euch Dinge zum Umsetzen an die Hand, wie Meditationen, die ihr dann jeden Tag einbaut. Die sich dann wirklich in diesen 30 Tagen dann festigen. Neue Gewohnheiten, die brauchen immer so, man sagt zwei bis drei Wochen, bis die dann zur Routine werden. Und dann macht man die gerne so. Und gerade dazu ist das Programm eben so ausgelegt, dass ihr am Anfang in der ersten Woche viele Sachen habt, die ihr kurz einbaut in euren Alltag. Ganz kurze Meditationen, die ganz leicht für jeden integrierbar sind. Und dann ganz leichte Umstellungen der Ernährung, dass es wirklich langsam und schrittweise angegangen wird, die Ernährung. Und dass da nicht zu viel gemacht wird und nicht zu wenig, sondern dass da ein gutes Maß, denke ich, in dem Kurs gefunden ist. Dass das auch jeder nebenbei machen kann, wenn man arbeitet, als Schüler, Student, egal wie. Also du solltest dir jeden Tag ungefähr eine Stunde, eine ruhige Stunde Zeit einplanen. Die Videos, die dauern meistens nicht so lange. Aber du solltest eben dann gewissermaßen aufbereiten. Also wenn manchmal Unterlagen dabei sind oder dass du dir, es sind eben Aufgaben dabei, wo du dir dann wirklich aufschreibst. Wie du das konkret dann umsetzt. Und da nehme ich dich dann wirklich an die Hand in dem Kurs, dass du das wirklich langsam und schrittweise machst. In solchen Schritten, die auch wirklich für jeden umsetzbar sind. Und somit schaffst du dir halt diese positiven Routinen in diesen 30 Tagen. Und danach kann das Ganze noch besser eben weiterlaufen. Und du wirst schon in den 30 Tagen merken, wie es dir besser gehen wird, wie alles leichter wird. Manchmal werden dann auch mal negative Emotionen hochkommen. Das sind eben die alten Muster. Die gehen dann einfach weg und dann geht es weiter. Und gerade auch durch die Unterstützung dann, dadurch, dass ihr Rohkostbuddies bildet, könnt ihr dann wirklich auch danach verbunden bleiben und schauen, wie es sich entwickelt. Und dadurch hoffe ich auch, dass eine ganz andere Gemeinschaft und eine ganz andere Dynamik so da drin entsteht, dass man dann wirklich immer mehr Gruppen sich bilden und eine ganz andere Dynamik in diesem ganzen Weg gehen kann. Also, weil wir eh noch nicht so viele sind und jetzt kommen aber immer mehr Leute auf den Trichter, dass Ernährung vielleicht doch was macht, dass die Meditation was bringt und dass man ganz anders, positiv und energiegeladen, frei leben kann. Und ja, darum freue ich mich. Schaut einfach mal auf der Seite vom Videokurs. Kriegt ihr nochmal alles genau aufgelistet. Ihr könnt ein Video anschauen als Preview, als Vorschau. Und guckt da mal rein, ob das was für euch ist. Und ja, dann sehen wir uns wieder im Kurs. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.